Hallo Freunde von Walla4chips und herzlich willkommen zur Review des leichten Kreuzers Mainz. Und wie ihr hier schon seht, sind wir in Hamburg, dem nicht einzigen deutschen Hafen im Spiel. Wir hätten auch noch Marseille und natürlich Dunkirk. Kleiner Witze am Rande. Naja, die Mainz. Ein lechter Kreuzer auf Stufe 8. Wirklich im Progress momentan und wenn ihr sagt, das Schiff kenne ich doch irgendwo her, dann liegt ihr damit natürlich nicht falsch. Die Mainz ist, wenn wir uns den Rumpf einmal näher anschauen, doch sehr sehr ähnlich einer Admiral Hipperklasse. Und ganz genau unterm Strich ist es das auch. Denn die war glaube ich einmal mit 150 mm geplant, aber die Kriegsmarine hat sich dann für 203 mm entschieden. Und das war eine ausgezeichnete Entscheidung. Hier mit der Mainz geht Wargaming nun den Weg, den geschichtlich nicht bestritten wurde. Und hat hier 4x 350 mm draufgepackt. Auf ein Schiff, ja auf eine Admiral Hipperklasse. Nicht ganz identisch. Natürlich andere Werte. Auch die Panzerung ist ein bisschen anders. Nicht grossartig, aber dennoch ein bisschen anders. Und sagen wir mal so. Die Geschichte hat einmal etwas gut gemacht und Wargaming etwas schlechter. Denn die 150 mm sind nicht so toll, wie man sich das vielleicht theoretisch denken mag. Kleiner Spoiler-Alarm. So, optisch ist das Schiff gelungen. Sieht aus wie eine kleine Hintenburg mit viel zu kleinen Türmen. Aber kommen wir nun zu den Daten. Gehen wir einmal zuerst natürlich zum Wichtigen. Und hier haben wir die Panzerung. Wir haben frontal 25 mm. Wie ihr seht, unten den Panzergürtel 40. Das bedeutet, wenn wir nah genug dran sind und ein bisschen Glück haben, dann können wir frontal nicht rausgenommen werden. Aber dafür müssen wir sehr sehr nah ran. Also ich spreche hier von overmatchen. Das Problem beim sehr sehr nah ran fahren ist, wie immer die Anfahrt in der Anfahrt scheppert es dann leider doch gewaltig. 27 mm an Deck, 27 mm Panzergürtel hier. Das bedeutet, hier werden wir von allem über overmatcht. Also 380 mm, nur 356 mm können wir abprallen lassen. Und natürlich die 27 mm hier können wir theoretisch mit unserem Bauch die 380 mm bouncen. Kein Overmatch. Hinten sieht es ähnlich aus. Die 8er Panzerung ist 25 mm und hier haben wir eine 70er Gürtel Panzerung, damit hier nicht so hart in den Arsch geschossen werden kann. Aber zumindest soll es nicht so extrem schmerzhaft sein. Die Fans bringen einen aber dennoch um, also Stück für Stück. Hier einmal der Panzerungsvergleich. Hipper. 1. Prinz Eugen. Hipper. 1. Also die Unterschiede sind von der Anordnung her nicht gegeben. Oder so gut wie nicht. Wir haben hier ein bisschen stärker. Wir haben hier einen 80er und hier einen 80er. Bei der... Oh 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 oh. Hipper. So. Haben wir nur hier den 80er und frontal nicht. Dazu quer ab. Zusätzlich kommt noch dazu, wenn wir einmal die Kasematte wegmachen, haben wir hier bei der Hipper einen 30er. Bei der Mainz haben wir einen 40er. Bisschen besser gepanzert. Ich sage es euch aber, es macht keinen Unterschied. Das macht tatsächlich überhaupt keinen Unterschied. Auch diese Zitarelle quer ab hier vorne. Das große Problem der Mainz ist nicht, dass sie aus den unmöglichen Situationen Zitarellen frisst. Was... Ja, es ist halt ähnlich wie bei der Hipper. Sondern das Problem ist, dass sie einfach sehr zu wenig Power, als dass sie abschreckend wäre. Dementsprechend wird sie mit der Hipper einfach runtergeballert. Wir haben hier 42.000... Schauen wir mal das aus. 42.500 Trefferpunkte mit eigentlich nicht schlechten 22% Torpedoschutz. Die Artillerie ist... Ja, ist etwas für sich. Wir haben hier auf 7,5 Sekunden Reload die 4x350 Millimeter. Das bedeutet, wir haben 37 Millimeter Panzerungsdurchschlag. Also Penn mit der Hi. Und jetzt passt gut auf bei einem lächerlichen Alpha Höchstschaden von 1700. Wir haben bei AB dafür 3,9. Und das auf 17,5. Das sind Nürnberg-Geschütze. Dementsprechend... Und ja, kommt etwas, was ich auch im Gefecht dann später anmerken werde. Wir haben 960 Meter pro Sekunde Millimeter Schwindigkeit, was eigentlich sehr, sehr hoch ist. Die Hipper hier im Vergleich zu den 203ern hat 925, also einen weitaus niederen Wert. Worauf ich hinaus will, das seht ihr dann auch im Gefecht. Ist ein ausgewähltes Gefecht wieder, damit ich ein bisschen labern kann. Torpedos 4x4 533. 90 Sekunden Reload. 13.700 sind die G7 AT1 auf 6 Kilometer. Einmal hier kurz zur Anmerkung. G7 M1 T1. Es sind die identischen Torpedos mit einer anderen Ladezeit vielleicht. Was habe ich da geskillt? Habe ich da Torpedo Reload geskillt? Habe ich das bei der Prinz Eugen gemacht? Habe ich auch? Habe ich auch? Habe ich nicht. Habe ich nicht. Also, wie ihr seht, die Mainzer Töhrer im Reload. Naja, ist halt so. Was soll man da noch sagen? Flugabwehr. Ja, ist vorhanden. Man schießt Flugzeuge ab. Man hat auch die Möglichkeit, ein T-Virus mitzunehmen. Oder man nimmt Hydro mit. 6 Kilometer immerhin. Es ist praktikabel. Es ist passabel. Es ist nicht herausragend. 74 Erwertung. Das ist es im Spielland. Die Höchstgeschwindigkeit ist 33,6 Knoten. Einmal die Hyper. Als langsamsten Tier 8 Kreuzer. Ich müsste eigentlich hier immer die 5% drauf haben. Ihr seht also, es nimmt sich nicht viel. Das große Problem hier ist, obwohl hier ein Doppelruder geskillt worden ist. Und ich glaube hier sogar auch unter Module. Wenn wir kurz schauen. Ja. Ist minimal besser die Ruderstellzeit. Das Problem mit der Ruderstellzeit ist, sie ist nicht schlecht. Aber das Ding wirkt halt mega träge. 720 zu 740 zu 770 bei der Prinz Eugen. Das Ding wirkt mega träge. Auch mit 6,3 Sekunden. Und selbst die 4,4 der Hyper wirken immer noch träge. Nicht weil, also immer noch träge. Nicht weil die Ruderstellzeit nicht fix ist. Mit 4,4 Sekunden oder 6,3 Sekunden. Das ist fast D-D-Niveau. Das große Problem ist, das Schiff ist einfach langsam. Und egal wie schnell das Ruder dreht. Es kommt einen vor. Teilweise in manchen Situationen. Also würde man Slow-Mo fahren. Verborgenheit ist 13,4 mit Doppelconsument. Hier sind die Einbauten. Ihr seht natürlich. Ach Doppelconsument. Ja, nicht mit Doppelconsument. Sondern mit Einfachconsument. Man kommt noch runter minus 10%. Ich habe aber Ruderstellzeit drin. Schadensbegrenzung. Ich glaube das ist alles relativ selbsterklärend. Und man könnte, wenn man ein defensives Flakweil mit einem Tawas reinmachen. Oder für mehr Hydro. Dann könnte man hier weiter die Hydro reinmachen. Und umstrich macht sich das alles nicht bezahlt. Wir haben einen Jäger. Wir haben hier, wie gesagt, die Möglichkeit für T-Virus oder Hydro. Und den ganz normalen Heal. Zum Kapitän. Das ist nicht der Kapitän, den ich im Video gefahren bin. Im Video habe ich scherzhaft für die ersten drei Gefechte. Einfach mal IFI mitgenommen. Einerseits, weil, ja, ich brauche den Skill hier nicht unbedingt. Und ich halte vier Punkte über. Ich habe dann halt hier Feier reingemacht, um zu... Falls ich gegen Vladivostok fahren muss. Oder falls ich gegen Lenin fahren muss. Um die 45 Millimeter zu penetrieren. Macht sich natürlich nicht bezahlt. Grosses Problem dabei ist, dass dann die Brandwahrscheinlichkeit die extremst... Man muss es einfach sagen, bescheiden ist. Obwohl hier 11% angeführt werden. Sinkt sie dann übrigens auf 8%. Macht dieses Schiff so wenig Brände. Das ist unkontrollierbar. Das ist das Wahnsinn. Ein Mugador macht mehr Brände mit 8% als dieses Schiff. Einfach mal im Gefecht schauen. Ist natürlich RNG. Kann Pech gewesen sein hier in diesem Fall. Aber es war relativ traurig. Von daher, naja. Fazit hört ihr im Gefecht. Ich glaube, ich habe jetzt alles gezeigt, was es hier zu zeigen gibt für dieses Schiff. Die Tarnung, ja, ist wie sie ist. Man weiss nicht, für welche Währung sie kommt. Wir müssen abwarten. Es ist ja zwar momentan ein weisses Symbol drin. Wurde da angemerkt. Aber Premium-Schiffe haben doch immer ein silbernes Symbol. Ja, anscheinend sind die Testschiffe jetzt mit einem weissen Symbol gekennzeichnet. Da könnt ihr einmal kurz hochschauen hier. Wo ist denn die Puerto Rico? Ist ebenfalls so gekennzeichnet. Die Salem ist als Kohleschiff so gekennzeichnet. Dementsprechend, man könnte vermuten, dass die Puerto Rico und auch die, ihr wisst ja, als Kohleschiff kommen. Das Problem ist, auch die Venezia als Baumschiff ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Also ich gehe mal davon aus, ohne es zu wissen, dass die Mainz ebenfalls nur so gekennzeichnet ist. Weil es ja ein momentanes Testschiff ist. Sie kann natürlich für Kohle kommen, für Free XP, für Echtgeld im Shop. Man weiss es nicht. Danke euch fürs Zuhören. Ich schicke euch jetzt direkt ins Gefecht. Bin gespannt, was ihr am Ende zu diesem Schiff sagt. Und schon sitzen wir hier gemeinsam. Ich habe etwas gesagt in der Predulie, aber in der Mainz, die auch im Gefecht eher so aussieht wie eine Hindenburg mit ein paar kleineren Türmen. Und man merkt den Unterschied, 150er, 150er oder 203er. Es sieht so aus, als hätte man hier Kindertürme auf das Schiff gepackt. An und für sich ist, glaube ich, das Aussehen das, was am besten gelungen ist bei diesem Schiff. Eine schöne Premium-Tarnung. Aläquate Aufbauten. Ein durch und durch schönes Schiff. Auch wenn man jetzt hier, wenn man es so sieht, sagen könnte, zwei Meter tiefer im Wasser. Und es wäre brachial. Gut, dann wäre die Citerelle ein bisschen zu weit unten. Aber dann hätte man vielleicht die Tarnung ein bisschen weiter runterziehen können. Wisst ihr, was ich meine? Das sieht so aus, wie jetzt hätte ein Mann die Hose 10 cm, 15 cm zu hoch gezogen, damit das zu kurze T-Shirt quasi nicht, dass man nicht bauchfrei rumläuft. Ja, eine blöde Anekdote. Was kann ich über die Mainz sagen, was wir jetzt nicht schon aus den Stats gesehen haben? Im Hafen habe ich euch gesagt, dass das Schiff, sagst du, 940, 960 Meter pro Sekunde Mündungsgeschwindigkeit hat. Was sich sehr, sehr gut anhört, aber unterm Strich nicht sehr, sehr gut. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, wir haben hier, ich weiß gar nicht, ob es der gleiche Shell-Ark ist wie bei der Nürnberg, aber er ist ähnlich. Der hier kommt mir weitaus schlimmer vor, weil wahrscheinlich, weil es Stufe 8 ist. Wir haben hier einen extremen Shell-Ark. Also einen extremen Feuerbogen. Was auch kompensierbar ist, aber die Geschütze, die Granaten, die Granaten sind so lange in der Luft, dass eine Smolensk, die schießt, nachdem wir geschossen haben, immer noch eine hohe Chance hat, kommt auf die Entfernung an, dass, also auch wenn sie auf selberer Linie steht mit uns, dass ihre Granaten vor unseren ankommen. Und das ist bei dem Ausmaß an Mündungsgeschwindigkeit, ist brutal. Ich weiß nicht, das soll wahrscheinlich nicht so sein. Für mich ist es ein Fehler. Und wenn es so sein soll, dann halte ich es für einen Fehler, dass es so sein soll. Einmal kurz zum Gefecht, damit ihr seht, es ist quasi nur was im Hintergrund. Man muss sagen, ich bin jetzt mittlerweile fünf bis sechs Gefechte gefahren mit der Mainz. Mein Ersteindruck im ersten Gefecht hat sich leider bewahrheitet. Dazu dann später mehr. Aber der Matchmaker war durchaus fair. Das erste Gefecht war in Stufe 10 Gefecht, das zweite Gefecht war in Stufe 8 Gefecht, also Top Tier. Und jetzt sind wir hier in Stufe 9 Gefecht. Das müsste Gefecht Nummer 3 sein mit der Mainz. Es ist natürlich ausgewählt und jetzt nachkommentiert, wie ihr jetzt sicherlich schon gemerkt habt. Wenn nicht, es ist nachkommentiert und ausgewählt. Aus verschiedenen Gründen. Der Kapitän, den ich euch im Hafen gezeigt habe, ist nicht der Kapitän für dieses Gefecht. Ich habe da den Anti-Air-Skill ausgetauscht gehabt für EFA. Ja, ich weiß, EFA ist nicht notwendig bei den Deutschen. 150 Millimeter geteilt durch vier. Wir können alles spannen, was interessant ist. Aus, sagen wir so, ich habe keinen weiteren Skill eigentlich gebraucht und habe mir gedacht, ich mache Just for Fun EFA drauf. Weil dann kann ich theoretisch eine Lenin und eine Wladivostok pennen. Eine Sinop etc., was sonst in großen Teilen nicht möglich ist. Ist natürlich ein Bullshit, weil damit sinkt die Brandwahrscheinlichkeit auf minus 3%. Wobei eigentlich HE generell nicht das ist, mit was wir schiessen sollten. Weil 1700 Alpha-Schaden bei HE ist meiner Meinung nach einfach zu wenig auf Stufe 10. Ja, auf Stufe 8. Auf Stufe 10 sowieso. Für einen DD ist es okay, ja. Also aber für einen Kreuzer, auch wenn es ein leichter Kreuzer ist, bin ich es nicht ausreichend. Natürlich mache ich Höhe dran, weil ja kein Zucker draussen gesichtet worden ist. Und ich erwarte hier Torpedos, bin ich offen. Das bedeutet, die ist wieder zurückgedreht und ist schon hinter der Insel. Aus dem Grund drehe ich auch wieder raus, weil hochfahren kann ich nicht. Da ist eine Chapa F und eine Sinop. Die Sinop tötet mich mit einer Salve, wenn es blöd kommt. Und die Chapa F outgunnt mich, selbst wenn es die Sinop nicht erledigt wird. Ganz einfach. Deswegen hier ist der falsche Weg. Das Gefecht ist ausgewählt, weil ich glaube, das zeigt ziemlich gut, was eine Mainz kann und was sie nicht kann. Und was sie nicht kann und was sie nicht kann. Und dass man kaum Impact hat auf das Gefecht. Also ein ausschlaggebendes Element in einem Gefecht im Team zu sein mit der Sinop ist immer schwierig. Auch wenn Isara hier in Smoke hat, Stand Smoke benutzt. Und die Akazuki wahrscheinlich, und es würde mich nicht wundern, gleich in A reinrauscht. Das bedeutet, dass hier Torpedos kommen. Zumindest habe ich das auch so gesagt im Gefecht. Und jetzt bin ich offen und jetzt wundert mich gar nichts mehr. Denn ich bin sicher, dass hier ein Akazuki ist. Wie ihr seht, ziele ich schon hin. Aber natürlich, Isara sieht das nicht so. Aber wie gesagt, es liegt nicht daran, dass die Teams an diesem Abend nicht besonders gut gewesen sind. Dass ich nicht viel gewonnen habe mit der Mainz. Oder dass die Chancen sehr, sehr gering ausgefallen sind, Siege davon zu tragen. Und wenn doch, dann muss man echt viel machen. Das Problem bei diesem Schiff liegt daran, dass man viel machen müsste, aber eben nicht viel machen kann. Das liegt einfach und ergreifend daran, dass dieses Schiff wenige teamdienliche Fähigkeiten besitzt. Nehmen wir uns einmal kurz zurück oder lehnen wir uns zurück und betrachten einmal die anderen Schiffe auf Stufe 8. Starten wir bei den Deutschen. Die deutschen Schiffe sind generell vielleicht nicht die teamdienlichsten. Wir haben hydroakustische Suche im Auswahl zum T-Virus oder zum Anti-R-Verbrauchsgut. Nennen wir es so, das ist vielleicht geläufig. Das hieß früher T-Virus und deswegen wird das immer noch so gesagt. Und zwar wegen der geringen Anzahl an Consumables. Meistens auf der T-Position. Hat Flugzeuge runtergeholt, so wie jetzt werden sie krank. Deswegen T-Virus, ist ja egal. Das ist quasi die Möglichkeiten, die wir haben. Das bedeutet, entweder decken wir Torpedos auf oder aber wir geben Anti-R. Das können viele Schiffe, manche können es auch nicht. Zum Beispiel die Italiener haben nicht mal ein T-Virus. Die haben, oh nein, die haben nicht mal eine hydroakustische Suche. Die haben SAP-Munition, die haben den Nebel. Jetzt muss ich gut nachdenken, was haben die sonst noch? Ich habe es vergessen, ist ganz egal. So wichtig, sind genauso teamdienlich wie die Deutschen. So gut wie gar nicht. Bedeutet, die Deutschen stehen dann in der Pflicht, dass sie irgendetwas gut können müssen. Also können sie gut tanken? Nein, können sie auch nicht. Die Hyper und auch die Mainz, das sind wahrscheinlich ein paar der langsamsten Kreuzer zusammen mit der Prinz Eugenie. Die es gibt auf der Stufe. Die Hyper ist der langsamste Kreuzer auf der Stufe. In Topspeed der Mainz, das ist der R-31-5. Jedenfalls arschlangsam. Man kann kaum flankieren, weil das Schiff ist langsam. Man kann kaum die Seite wechseln, weil das Schiff ist langsam. Also man braucht für alles unendlich lange. Dann muss halt die Panzerung sehr, sehr stark sein. Ist die am auch nicht. Man tankt nicht durch die Panzerung. Man darf nicht getroffen werden. Das bedeutet, man muss sich gut positionieren. Ist dieses Schiff dafür gedacht, dass man sich gut positionieren kann? Nein, dafür ist nämlich der Winkel, also der Shell-Arch der Granaten, vor allem im ersten Rittel nicht gut genug. Bei den Amerikanern steigt er sofort an. Hier haben wir im ersten Rittel flach. Dann steigt er an. Und dann haben wir die Fallschirm-Option. Hier, genau wie ihr jetzt seht, hier fallen die Granaten runter. Jetzt würden sie den Fallschirm ziehen. Also entweder extreme Luftreibung, also Luftwiderstand. Aber keine Ahnung, was los ist. Es ist ganz kurios. Bei der Mündungsgeschwindigkeit, diese lange Flugzeit. Wir haben entweder die schwerste 150 Millimeter Granate, die es gibt. Oder bei den anderen Werten. Oh, ist was falsch. Oder ist was falsch. Keine Ahnung. Jedenfalls ist es ganz kurios beim Schiessen. Wir schiessen auch nicht high viel mit dem Schiff. Eigentlich sollten wir das nicht, weil ihr seht, es kommt kaum Schaden bei rum. Hier, natürlich, weil es pennt. Aber mit AP muss viel mehr bei rum kommen. Ihr müsst immer, wenn es geht, AP schiessen. Ja, die Salve war jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel bei 8. Das liegt am Winkel. Das ist das Problem. Aber die kommenden Salven werden ein bisschen besser. Hier, 8000, also 9,6 mit einer Salve. AP ist das Maß aller Dinge. Das ist bei den Deutschen generell so. Immer, wenn die Möglichkeit besteht, schießt AP. Bedeutet also, wir sind in der Pflicht, Schaden zu machen. Aber Schaden machen können wir nicht mit high, sondern müssen mit AP. Das bedeutet, wir brauchen ein Team, ein eigenes und ein Gegnerteam, das uns ermöglicht, in die Breitseite, das ist ein Ripley-Fehler, weil es ist auch aktiviert gewesen im Spiel, das uns ermöglicht, in die Breitseite der Gegner zu kommen, weil wir wissen, AP prallt ab. High interessiert sich nicht für den Winkel. High interessiert sich nur für die Dicke der Panzerau. Aber 33% von fast nichts ist halt ein Drittel nichts. Und 1700 ist jetzt nicht derart geil, dass ich sagen würde, die 580 oder was es unterm Strich dann sind, für die Pen. Auch bei 4x3 ist derart geil, dass ich durch die Punk high schießen muss. Zudem ist die Brandwahrscheinlichkeit, ich glaube 10% ist Brandwahrscheinlichkeit ohne Flaggen. Ohne Eis müsste weniger sein. Ich habe hier 8, die 3 weg sind es 11, die Flagge gibt 1, sind es 10 und Sprengmassive 2 müssen 8% sein. 8% für 150 Millimeter. Ich will jetzt nichts Böses oder Abfälliges sagen, aber es gibt die D-Kanonen, die sind besser bei gleicher Brandwahrscheinlichkeit als die Mainz. Wenn man mit der Mainz mit gleichem HP wie eine Mogador gegen eine Mogador fährt, verliert man. Kein Scheiss, ist mir passiert. Die hat am Ende noch 300 gehabt, aber im offenen Fight, die hat mich, Entschuldigung für die unschönen Worte, die hat mich nicht erledigt, die hat mich zerfickt, hat mich die, ja ist ein Stufe 9 Schiff, aber es ist ein Zerstörer, ja es ist ein ganzer Störer, aber es ist immer noch ein Zerstörer und die hat mich erledigt. Naja, wird wahrscheinlich viel Schiff so gehen, wird auch einer Hipper so gehen, die hat halt mit den 203er ein bisschen höheren Alpha, aber die Deutschen leiden einfach unter der schlechten HE. Dafür eben, wie gesagt, immer die AP einsetzen, ist natürlich bei dem Winkel nicht immer möglich. Ich meine ja, ich fahre nicht gegen die Friesland. Ihr müsst aufpassen, ich positioniere mich jetzt wirklich intelligent, oder ich versuche zumindest, mich so intelligent wie möglich zu positionieren und das in der Mitte, obwohl Friesland, Musashi und Tirpitz um mich herum sind. Die Alaska ist auch im Schussbereich und die Sinop und die Lion können jederzeit wieder hervorkommen. Achte gut auf die Positionierung, das ist wirklich nicht schlecht geworden, also rein vom Positionierungsspiel. Aber schaut, wir haben jetzt schon eine Million potenziellen Schaden und das bei einem Schiff, das 25 Millimeter Front hat und 27 Millimeter Bauch. Ich habe die Tirpitz zweimal vorher am Bauch abprallen lassen beim Anfahren. Funktioniert nur, wenn die Streuung auch mitmacht. Wenn die Streuung sagt, nope, und alles fällt aufs Deck auf 15 Kilometer, dann sieht man sich auch im Hafen wieder. Das Schiff ist mit 42.500 auf Stufe 8 nicht mit so wenig Trefferpunkten ausgestattet, aber es frisst halt gern und viel. Man muss wirklich gut aufpassen. Es ist ein leichter Kreuzer, so wie so wie halt auch die Cleveland. Aber die Cleveland ist mir weitaus lieber. Das Problem bei diesem Schiff ist, in voller Fahrt ist es so wenig Windpackstein. Und ich habe das Misting schon auf fettes Ruder geskillt, also minus 40 Prozent Ruderstellzeit. Es sieht so aus, als würde man schleichen. Schau dir das an. Es sieht so aus, als würde man in Zeitlupe fahren. Jetzt kämpfe ich nur gegen die Musashi, aber ich habe gesehen, die Tirpitz und die sowjetische Sojus spielen Ringelpitz mit Anpassung. Und die Sojus fährt nach oben und die Tirpitz fährt natürlich hinterher. Da ist sie. Und deswegen weiss ich, ich muss abwarten, bis sie Tirpitz geschossen hat. Da muss ich hinter die Insel gehen. Jetzt hat sie geschossen. Jetzt gehe ich hinter die Insel, drehe hart links und hoffe, dass ich zugehe, bevor die Musashi auf mich schiessen kann. Weil das wäre mein Tod. Ihr wisst, 460 Millimeter, die geht durch wie ein heisses Messer durch Butter und dann sieht man sich auch im Hafen wieder. Cool. Die Torpedos sind natürlich nett. Man kann sie mal einsetzen, aber ich habe aber nichts getroffen. Das Schiff ist davon gefahren. Aber naja, es ist halt das, was es ist, was jedes deutsche Schiff hat. 6 Kilometer Torpedos. Sie sind wir können ja sagen, wenn sich jetzt eine Stufe 8 ist vielleicht ein bisschen schwierig. Die Russen nur Stufe 4 Stufe 4 nur 4 Kilometer Torpedos, aber wenn sich jetzt eine Bayard und eine Mainz gegenüberstehen, dann kann die Mainz sagen, ich habe auch Torpedos. Sie hat sogar mehr als die Bayard, aber eben nur 6 Kilometer. Das ist fürs Davonfahren bescheiden und fürs Angreifen ist es teilweise auch bescheiden. Das sind 3 Kilometer, in denen der Feind vielleicht sogar einmal noch nachgeladen bekommt und dann einfach mit 25 Millimeter hart in die Fresse übermatcht und die Zitadelle penetriert. Und dann war's das. Die Torpedos, die man geladen hat und nicht abschliessen kann, die nützen einem halt nix. Sie ist potenziell machbarer Schaden, der halt nie gemacht wird. Ja, ich warte ja auf die Friesland. Das einzige Schiff, das auf mich zieht, jetzt ist die Musashi. Ah, und es sieht ja raus, als würde ich reinzoomen mit dem Mausrad, ist aber Shift. Bedeutet, ist eine Anzeigefährer. Müssen wir in Zukunft müssen wir aufpassen, weil ich ziehe immer mit Shift rein. Ja, ich fahre natürlich, fahre natürlich jetzt nicht raus. Ich bin ja nicht so dämlich. Ich will ja noch ein bisschen Schaden machen oder zumindest zu meinen Bedingungen rausfahren und nicht rausfahren und im Trassensaal wieder raufgehen, weil ich keine Geschwindigkeit habe. Deswegen, ich habe Zeit. Ich erzähle, ich erzähle auch jetzt, was ich, und da wäre mir fast, was mir fast im Hals stecken geblieben, was ich von der Mainz halte. Ich finde, dieses Schiff ist nicht fertig. Es ist Work in Progress, aber es ist schlecht durchdacht. Verstehe, wenn Wargaming ein Schiff machen will, das naja, balanced ist. Und ja, 50.000, 60.000 auf Stufe 8 in einem Kreuzer ist gut, aber es gibt Schiffe, die machen mehr auf Stufe 8 und sind auch Kreuzer und da ist auch gut. Egal, wie balanced ein Schiff ist, das Schiff muss Spaß machen, weil Wargaming nützt ein Schiff nichts, das stark ist und keinen Spaß macht, so wie es ihn nichts nützt, wenn ein Schiff schwach ist und keinen Spaß macht. Wargaming nützen nur Schiffe, die gefahren werden. Ob sie dann balanced sind oder nicht, ist wahrscheinlich sogar zweitrangig für die Verkaufszahlen, es muss nur Spass machen. Dieses Schiff macht keinen Spass. Das ist das Hauptproblem. Es ist zu langsam, es ist nicht wendig genug. Kanonen, es macht keinen Spass auf irgendwas zu schiessen. Entweder ist der Shell-Arc zu hoch, die Mündungsgeschwindigkeit falsch angegeben, aber ich weiss nicht, es ist nicht schön. Es ist wirklich nicht schön, mit diesem Schiff zu spielen. Der Impact, den man aufs Gefecht hat, der ist quasi nicht vorhanden. Und ja, das ist ein untergeordnetes Problem, denn eine Mogador oder eine Kleber, je nachdem, wie man sie spielt, oder eine Kabarovsk, wenn man sie komplett auf Gunput und ohne Concealment spielt, hat vielleicht auch nicht einen großen Impact für Caps etc. Aber erstens macht es mega Spass, man fährt auch gut Schaden ein mit dem, aber das ist zweitrangig, das würde auch mit 60.000 Spass machen. Und was noch wichtiger ist, und ja, ich weiss, dass die mich rausnimmt, das ist mir vollkommen klar, aber es ist das letzte Schiff und ich will noch ein bisschen Schaden machen, deswegen fahre ich und ich denke noch ein bisschen, es sind 1,7 Millionen oder 1,7 Millionen momentan, es geht. Aber, was ist, ich kann mit einer Kabarovsk, mit einer Clevert kann ich Schiffe jagen, so wie die Musashi, und sie werden mich kaum treffen und kaum zerstören. Geht mit der Mainz nicht. Ich kann mit potenziellen Schaden von 4 Schiffen tanken, wenn ich aufpasse und von 2, wenn ich nicht aufpasse, das kann die Mainz auch nicht. Die Mainz macht keinen Spass, ja natürlich, ich vergleiche das jetzt mit Stufe 10 Schiffen, aber es gilt auch für die, wie heisst sie, Tashkent, für die Kiew, beide sehr, sehr gute Zerstörer, auf Stufe 8, das Tashkent 9, das Tashkent ist 9, oder ist Tashkent jetzt 8? Tashkent ist 9. Tashkent ist 9. Ja, aber Kiew zum Beispiel, Okinovoy, ist Stufe 8 auf der anderen Seite. Die können das, die machen Spaß, die machen beide Spaß, die Mainz macht einfach keinen Spaß und ich glaube, das ist ein gutes Fazit. Dieses Schiff ist zu deutsch. Ich will nicht sagen, dass die Deutschen zum Lachen in den Keller gehen, weil das stimmt nicht immer, aber das Schiff ist zu ernst und es macht keinen Spaß und mit Deutsch meine ich auch, dass mit deutschen Schiffen in World of Warships meistens ein bisschen stiefmütterlich umgegangen wird, die deutschen Schlachtschiffe hätten entweder schon eine Erhöhung des Sigma plus 0,1, also sie besser treffen oder eine Verminderung der Steuerung um 30% erhalten müssen. Und das, obwohl der Schaden bei den Schiffen natürlich da ist, aber Hauptartillerie, und so ähnlich ist es auch bei der Mainz. Die ist als Gesamtpaket mit 68.000, kann man sich nicht beschweren, ist sie eigentlich okay. Das Problem ist, es gibt auch schlechte Runden und da muss man jetzt schon alles rausholen für die 68.000. Es muss dafür auch sehr, sehr gute Runden geben. Aber um mit der Mainz sehr, sehr gute Runden zu bekommen, muss man entweder sehr viel Glück haben oder ein Gegnerteam, das zu viel Terpentin inhaliert hat. Anders kann ich das nicht beschreiben. Weil wer es der Mainz erlaubt, dass sie wirklich farmen kann und dass sie dann noch nicht getroffen wird bei der Wendy kann. Ich sage nichts, wenn eine Bayard beim Davorfahren vor drei Schiffen die Schiffe abfarmen kann, weil die ist schnell, die hat Boost, die ist wendig, die kann tänzeln, die kann mit dem Arsch wackeln, die kann necken, die kann alles machen, die wird selten getroffen, obwohl sie eine scheiß Panzerung hat. Das kann die Mainz alles nicht, das Schiff ist träge. Wie gesagt, es ist ein ganz anderes Feeling. Auch hier mit Teamwert um 1700 in Stufe 9 gefärbt, was durchaus okay ist und 1700 ist wirklich okay für eine Stufe 8 Kreuzer, aber das Gefecht hat keinen Spass gemacht. Möchte ich dieses Schiff nochmal fahren, obwohl es 1,8 Millionen fast getankt hat? Nein, möchte ich nicht. Sprenggranaten 27.000, die wenigen Male, wo ich mit AP geschossen habe, 91, also in Treffer 186 zu 393, habe ich fast, habe ich ein Zehntel, ach ein Zehntel, ein Viertel mehr Schaden gemacht, als mit 343. 50% mehr Granaten brauche ich. Das ist brutal. Mit High. Der Alpha, weiß nicht. Das Problem bei der ganzen Sache ist, ich halte den Alpha mit 1700 für Stufe 8 zu gering. Ich verstehe, es sind 150 Millimeter, es sind die der Nürnberg, die hat auch nur 1700. Das reicht, weil man Gegner hat, die weniger Trefferpunkte haben. Wenn ich auf Gegnerschüsse, die 26.000 oder 30.000 Trefferpunkte haben im Kreuzer, ist das vollkommen okay, wenn ich aber auf 40.000, 45.000 Schiffe schiessen muss und von Schlachtschiffen, von den Trefferpunkten mal ganz abgesehen, dann ist es ein Problem. Und wenn wir noch einmal zurückgehen hier, wir sehen, wir haben ja nur einen einzigen Brand, einen einzigen Brand bei 184 Treffern. Ja, ist gut, ist bei 8% vielleicht nicht prall, aber ein Brand, das Schiff ist sehr deutsch, ich hätte es gerne, lieber ein bisschen russischer. Vor allem, die alles entscheidende Frage ist, warum sollte ich mir die Mainz antun, wenn ich eine Irian habe, wenn ich eine Bayard habe, wenn ich eine Chapayef habe. Oh Gott, ich habe eine Baltimore und ich habe eine Cleveland auf der Stufe. Holy Moly, die Mainz ist... Es ist einfach nur ein fettes Nein momentan. Das Schiff ist work in progress, vergesst das nicht, es kann sich noch ändern, ich bin durch starker Meinung, dass es sich noch ändern wird. Wenn nicht, dann beachtet das Schiff einfach nicht, weil es ist traurig. Ich danke fürs Zusehen, ich hoffe, es wird wieder lustiger und wir sehen uns dann bald wieder im nächsten Gefecht. Ciao. atención,